hoppala ja ich weiß macht man nicht ist mir jetzt wurscht hier verlegen warum ist hier unten ein enderman und wo ist er achso oh gott wo höre ich denn eigentlich jetzt ja sogar im kopf gekriegt er sehr gut ich habe gekriegt dass ich dich gekillt habe das heißt sie müssten da jetzt eigentlich auch raus wenn ich hier wieder auf insel setzte ja passiv ist eine von den neueren die ich angebaut haben ich liebe sachen funktionieren ja da ist rambutan das will man nicht was rambutan ist aber es ist da nice ok funktioniert nächste reihe so guck mal es sind nur noch 30 nachdem warte ich brauche vanille dann kommt das dann kommt das dann kommt das dann kommt das und der sapling obendrauf ich weiß auch nicht ob meine nase besser oder sich entscheidet besser zu werden oder nicht ich hoffe echt die in die neuen medikamente dass sie morgen helfen wir sind schon im zweier bereich 29 ich fange mal an so zu nuscheln wenn meine nase zu ist die insert kiste hopper auch was steht block der blog ja ich habe meine achs beiseite gelegt da ist eigentlich kann ich da ja ich muss den boden die doch mal machen so next one und sie achso muss ja auch den sternfrucht ist auch was haben wir noch nie gegessen ich habe auch ich hatte heute in der arbeit im shooting hatten wir als deko passionsfrucht ich finde passionsfrucht irgendwie total eklig vom aussehen her was ich auch bisher immer davon abgehalten hat sie frisch zu essen aber ich glaube sie schmeckt ganz lecker ich kann es mir vorstellen dass sie lecker schmeckt so habe ich denn jetzt ne ja dann machen wir hier weiter sternfrucht nochmal habe ich hier schon holzboden gelegt das war totaler quatsch so dann gehen auch langsam die steine aus um mich da wieder hoch zu buddeln funktioniert ja jetzt okay next one bananen habe ich immer noch welche im kühlschrank ich finde ich finde es gerade schön toll dass ich euch zu jeder frucht irgendwas erzählen kann und wenn es noch so sinnlos ist bananen habe ich nämlich noch im kühlschrank muss ich noch bananenbrot draus machen so läuft ok läuft den stein nehme ich gerne mit äh da ok läuft hier schon irgendwas yes cashews funktionieren du nicht habe ich da mein habe ich da mein extract vergessen ne habe ich da mein ich habe hier mein insert vergessen ha diese wendung hat niemand kommen sehen ich habe kein extract vergessen ich habe ein insert vergessen so ich denke mal dass hier irgendwas blitzt fast hätte ich hinweggeschmissen achso hä ich habe gerade vergessen dass ich das gemacht habe vielleicht ist es aber auch schon einfach ein bisschen spät für mich ich ich vergesse einfach dinge die ich vor drei sekunden gemacht habe aber ich muss auch ich habe heute zehn stunden gearbeitet ich darf glaube ich ein bisschen platt sein das vor allem zehn stunden ne sieben und halben stunden davon waren alleine shooting und das shooting hat erst einmal eins angefangen ja pistazie das schlimme ist wenn ich mich jetzt dann ins bett lege irgendwann ich habe angefangen wieder zu lesen was ja an sich gut ist allerdings ist dieses buch das ich lese so spannend dass jemand nicht aufhören kann zu lesen aber ich bin da fast schon bei der hälfte ich bin ein bisschen stolz auf mich so pistazie weil mache ich dann endlich mal mit meiner bucket list weiter weil ich habe wirklich vor langsam meine leseliste aufzuarbeiten ist jetzt nicht so noch nicht hilfreich dass ich mir erst vor kurzem wieder drei bücher gekauft habe aber ich versuche es immer ja ich immerhin so ich immer ist mir auch gut ich manchmal anfangen sollte die ganze manga zu lesen die ich noch nicht gelesen habe das ist so ein großteil von von meiner Lese-Bucket-Liste. Aber in ungefähr drei Wochen, sagen wir lieber fünf, habe ich eine Leseecke, wenn alles gut läuft. Und das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann kann ich mich da einfach hinsetzen und lesen. Das ist fantastisch. Ich wollte schon immer eine Leseecke haben. Wo ich mich einfach rein chillen kann. So, wie schaut es denn hier aus? Da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin. Da auch, da auch, wunderbar. Wer liebt nicht das Geräusch von sich öffnen in den Truhen? Wie groß die werden? Das ist was sie gesagt hat. Nee. Da haben wir ordentlich nichts drin. Ja, wir machen trotzdem mal. Wir verbinden das mal hier. Aber die Bücher, die ich mir bestellt habe, die sind gar nicht so dick. Ich glaube, die haben gar nicht so viele Seiten. Aber ich glaube, das Buch hat auch haben auch nicht wirklich Leute auf dem Schirm. Ich kann euch aber jetzt gerade auch nicht sagen, wie es heißt. Moment, es sind die Anderswelt-Trilogie. So. Es hat gerade ein bisschen lange gedauert, bis ich das auf der Seite liegen lesen konnte. So. Peppercorn. Wer verwächst auf dem Baum? Wusste ich nicht. Ist interessant. So. Filter. Hoppala. Das ist ein Insert. Zack. Ach so, nee. Erst fertig machen. Entschuldigung. Ich habe mich wieder ins Mikrofon geschnieft. Das ist unfair. Dafür brauche ich jetzt einen mehr. So. Guck mal, wir sind nur noch 22, Leute. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Ach so, nee. Das sind einfach nur die. Okay. Never mind. So. Zack. Ich habe gerade diese Item-Konto jetzt zu meinen Abzählungen dazu gezählt. Aber die zählen ja gar nicht dazu. Zu den Abzählungen. Die sind abzählunabhängig. Okay. Da habe ich Gravel. Kriege ich hier? Nee. Okay. Jetzt so, halt. Dann habe ich hier noch ein Quartiz. Und dann habe ich hier noch Shale. Und jetzt wird es dann langsam wenig. Filter. Filter, Filter, Filter. Dafür aber erst mal ein Bau. Filter. Zack. Dieser Filter war eine der besten Entdeckungen, die ich in Minecraft gemacht habe. Und diese komischen Maschinen, aus denen man alles machen kann. Das, das ist die, 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 die. Ah. Weil die Maschine, aus der man alles rausbringt, einfach so, ist glaube ich wirklich die beste Entdeckung, die ich gemacht habe. Und der Filter ist zweitbeste Entdeckung, die ich gemacht habe. Kann damit leider nicht mithalten, aber war auch schwere Konkurrenz. Ich habe jetzt nichts mehr. Geil. Gut. Ich muss mir hier kurz, äh. Baustoff. Da, die, da. Die, 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 die Maschine. Ähm. Ich muss mir hier mal kurz Cobblestone holen. Und dann nehme ich den, von dem ich am wenigsten habe. Ach so, apropos. Uh. Ich gucke ja immer mal wieder, wie viel Gold wir gekriegt haben. Damit ich das da reinhauen kann. So, wenn wir irgendwann mal auch, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele Enderperlen ich mittlerweile habe. Ach so, das ist 1043. Das sind nicht so viele, wie ich dachte. Wie viel Gold habe ich denn? 348. Ja, schau. Es wird doch langsam wieder wie beim Goldvorrat. Das ist echt, wirklich, es ist nicht zu fassen, dass ich, äh, Goldmangel habe. Hier. Mit dem, allem hier, was ich hier baue, habe ich Goldmangel. So, wo bin ich denn stehen geblieben? Bevor ich hier weiter mecker und mutze. Zack, zack. Sehr gut. Gehst du noch raus? Warum geht der nicht raus? Hä? War ich denn nicht? Hab ich? Oh. Ich bin schon still. Hoppala. Ähm. Next one. Mango. Da guck mal, wir sind fast im 10er-Bereich. Spannend. So. Filter da rein. Kette hier drauf. Insert. Ruhe. Hoppa. Zack. Und die Mango noch als Kirsche oben drauf. Entschuldigung. Meine Nase. Jetzt, jetzt, ja, jetzt habe ich, ähm, jawohl, das war falsch. Jetzt habe ich auch noch ein Tinnitus. Hervorragend. Läuft. Okay. Das läuft auch. So. Guck mal, wir sind im 10er-Bereich. Gar nicht mehr so viel. Ach so, scheiße. Ich habe den nächsten Baum noch gar nicht. Guck uns los. Zack. Ah. Ich würde sagen, das ist der erste Tinnitus heute. Ich hatte schon mit, äh, eigentlich habe ich mit mehr gerechnet. Nachdem meine Ohren so zugefallen sind. Normalerweise bin ich da immer relativ anfällig für Tinnitusse. Das ist schön in der Zahl. Aber ist heute mein erster. Aber ich bin auch zur Zeit, ich bin wieder sehr anfällig für Ohrgeräusche. Also meine Ohren summen. Permanent. Sehr laut. Ich sollte meinen Stress verringern. dringend. Aber ich habe nächste Woche Urlaub. Nächste Woche Urlaub bedeutet nämlich, äh, keine YouTube-Aufnahmen, keine Livestreams, Streams. Nichts davon. Eine Woche. Oh, hoppala. Eine Woche lang. Weil ich versuche nämlich, alles richtig smart, alles vorher fertig zu bekommen. Nein. Ach, Digga. So. Ich kann ja dann nirgends runter. Da war ja was. So. Muss ich das zumachen? Ne. Kann ich offen lassen. Aber der Nachteil ist halt auch, ich muss alle... Da. Ich hätte den Baum vergessen. Nachteil ist halt auch, ich kann mich auch erst in einer Woche wieder um den Umzug kümmern. Was richtig dumm ist. So. Next one, ne? Bilder. Orange. Eins weiter. Orange. Jetzt fängt es an, dass ich richtig hart durcheinander krumme. Orange. Und das war sehr weit gefallen. So. Damit ist wieder alles fertig. Ich gucke mal nochmal durch. Ja. Pepper. Ja. Almond. Peach. Mango. Nichts. Scheiße. Kacke. Was habe ich denn jetzt hier vergessen? Natürlich den... Ja. Okay. Hier. Oh. Ist schon eine Orange drin. Okay. Alles klar. Dann gehen wir nochmal durch. Hier. Verbinden die alle mal. Aber ich glaube nach der Farbe müsste ich dann hier unten nichts mehr zu tun haben. Ich glaube die Schafe sind unser letztes Projekt hier unten. Und dann äh... Muss ich doch hübsch machen. Ich meine wir sind dann fertig. Geil, oder? Da hat niemand mehr dran geglaubt, dass ich dieses Ding hier unten fertig bekomme. So. Next one. Leechi. Leechi. Leechi sind so geil. Filter. Filter. Ja. Stimmt schon. Quatsch. Quatsch. Es wird übrigens wieder ein Fest sein. Folgentitel hier rauszusuchen. Ach, leck mich doch am Arsch. Mal. 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 richtig dumm.